Wo bin ich denn jetzt gut? Er hat voll so 20 und so 3 gespielt. 2. 20, 2. Nein, 2. Da war ne 3, da war ne verschissene 3, da war ne verschissene 3. Das war ne 3. 3, da war 20, 2. 3. Ne. Das ist auch so fucking diva-mäßig zu sein. Ja, sorry, Snickers ist rausgegangen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein wichtiges Thema. Ja, die isst man auch, nicht was ihr damit macht ey, Mann. Aber das was wir damit machen, macht mir einfach viel mehr Spaß. Naja, so was man dann die Flüssigkeit aus dem Snickers läuft. Die Außenhaut ist so grob. So, so, so nussig. Ja, aber das Saubermachen danach macht Spaß. Stimmt, schmeckt sogar. Jetzt, äh, nice. So, ich kann damit noch weitermachen. Ja, ist okay. Du kannst noch viel damit immer weitermachen. Und dann bringt er's zurück und sagt, dass es nicht geschmeckt hat. Ja, haha. Haha. Die Reklamation, das ist stecken geblieben. Und die Leute, die Leute beim Supermarkt tun es da wieder ins Regal. Das Kind dachte, es kriegt einen Snickers. Aber es bekam noch viel mehr. Propos 6? HIV. Nein, er hat mich HIV. Nein, wir haben... Nein, also... Mann, grüß. Irgendwo, ne? Nein, sonst könnten wir einiges nicht machen, was wir so tun. Ja, ist echt so. Das Einzige, was wir haben, ist HIV-positiv. Ja, alles andere. Da wäre auch kein Nervenkitzel dabei, ne? Alter! Wie steht denn jetzt? Tote! Kann der... Alter, der... Oh, Gott. Was? Ach, komm ey. Schubstiger. Oh, die war verkackt. Eindeutig. Au. Scheiße, RPG-Nin. Hm. Ach, nee, von hinten. Ach, meine... Da hinten drin hockt der immer noch, ey. Nein, nein, nein! Seine Arschkrampe. Mann! Oh, nein, Mann. Was los, Ma? Was denn? Halt dich nicht gerade so auf. Noch irgendeine Lennart? Hm. Nein. König, hast du... Hast du mein Geschütz geklaut? Nein. Das war der Typ, der ja noch hier ist. Julius, ich habe dir vielleicht deine Jungfräulichkeit geklaut, aber ich habe dir nicht dein Geschütz. Oh, mein Gott. Das klappst auch nur, du. Das klappst auch nur. Wenn man jetzt nur das gehört hätte, dann würde ich... Jango und Chain, also... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey... Oh... Nein. Jango und Chain wirklich so gut. Hm? Jango und Chain hast den echt noch nicht geschaut. Was du! Alter! Schau's hin! Das ist einer der geilsten Filme, die es gibt. Ja, ist echt so. Ja, das werden wir jetzt nicht erzählen. Wir haben den Film bestimmt jeder von uns fünfmal geschaut. Ja, ungefähr. Der ist wirklich saugut. Der ist halt echt was länger. Der hast du den noch nicht gesehen. Zweinhalb Stunden oder? Du hast den echt noch nicht gesehen ey. Das ist Bildungslücke. Echt so. Der lohnt sich wirklich. Das ist Kultfilm. Aber ist der lustig? Oder ist der actionreich? Der ist lustig actionreich. Der ist alles, ja. Der ist einfach episch. Der hat so richtig geile Wortwitze mit drin. Also auf Deutsch schon, aber... Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also der ist auch auf Deutsch sehr, sehr gut. Okay, gut. Okay, dann hab ich jetzt auch noch was zu tun. Leute. Arme. Ja. Was ist denn echt neulich? Ich seh nicht! Ja, das ist alles wobbelt. Ja, das können wir sicher nicht finden. Komisches Mensch. Kannst du nur. Boah, der Film ist so geil. Ey, ich hab... Boah, ich muss den mal wieder sehen. Ja, ich auch. Ey, lass den mal zu viert alle gleichzeitig anmachen. Nee. Dann müsste ich mir jetzt ja die Blu-Ray einlegen. Und da ich momentan keinen Subwoofer hab, garantiert nicht. Headset? Nee. Das müsste ich ja dann an die Playstation anschließen. Ah, Julius! Was ist los? Geh mal auf die... Ach, du kannst grad nicht ins Internet gehen, oder? Kann ich schon, wenn du mir einen Link sch-